Hallo, mein Name ist Joshua und heute möchte ich euch 15 Dinge, die ich mich schon immer gefragt habe, vorstellen. Warum heißt Legend of Zelda Legend of Zelda und nicht Legend of Link, weil Link ist doch eigentlich die Hauptperson. Warum heißt Schlüsselbein eigentlich Schlüsselbein, weil die Form ähnelt sich ja nicht wirklich. Wie kann das Gegenteil von Blau-Orange sein? Für die, die es nicht wissen, Blau und Orange sind einem Farbkreis gegenüber. Das heißt, also die Farben, die sich gegenüberliegen, die sind ein Gegenteil. Was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt, weil Blau und Orange? Wirklich? Wie kann ein Esellese nie, also der Satz, rückwärts ein Esellese nie heißen? Wie kommt ein Schild mit den Worten, betreten der Wiese verboten, auf die Wiese überhaupt? Sokrates behauptete mal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber es macht doch keinen Sinn. Warum wurde der Erfinder vom Frisbee nach seinem Tod eingeäschert und zu einem Frisbee verarbeitet? Haben die überhaupt Respekt vor ihm? Warum werden Babyspinnen auch Spiderlinge genannt? Klingt irgendwie falsch. Warum gibt es sieben verschiedene Wörter für das Wort Kapitulation im Französischen? Ist es irgendwie wichtig oder so? Warum hat der Twitter-Vogel den Namen Larry? Wurde das überhaupt bestätigt? Wie kann das meistgeklaute Buch die Bibel sein? In den Zehn Geboten steht doch, dass man nicht klauen darf. Als die ersten Tiere existierten, gab es zuerst das Ei oder das Huhn? Weil ohne das Ei kann nicht das Huhn existieren und ohne das Huhn kann nicht das Ei existieren. Versteht ihr? Wie können Haie durch ihre eigene Haut pinkeln? Ist es nicht verwirrend, wenn der niedrigste Punktestand beim Wolf gewinnt? Ich weiß schon, der niedrigste Punktestand gewinnt, aber es ist irgendwie trotzdem komisch. Das waren 15 Dinge, die ich mich schon immer gefragt habe. Wenn da ein paar Dinge dabei waren, die ich euch auch schon mal gefragt habe, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt zum Beispiel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch ein Like da lassen und mich abonnieren, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.